Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Kater, Jodl, Krebs oder Butter. Herr Steiner, Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Martin, die mein Befehl durch das Recht zu... Oh, weit ist das einfach getrunken. Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblüßen... Gestalt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mich jeden nur als mitpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und wieder! Das war bei mir! Die Befehle sind im Kopf! Die Befehle sind den Kopf. Die Befehle sind auf dem Kopf! Er hat aber auch! Ich habe die Befehle in einem Kopf. Sie können die Befehle machen! Alles war!